alter was ja kali kauft sich als erstes als richtiges seite wenn du da reingehst noch mal so ein tipp dann geht ihr mal die resistenz hoch und ihre russung glaube ich und du wirst verlangsamt also ich werde überlegen ob ich da reingehe und die pfeil machen ok ja ja jetzt geht jedenfalls los wenn er diesen skinner diesen jägers kennen sie da irgendwie aus wie so ein predator also aus alien was predator und er hat dann auch nicht mehr so viel blut in seinen skills ne bitte ich dachte ich bin mitten im fight aber nein wenn vor mich damit du bist tot würde ich sagen wenn ganz weit weg hier wieso wieso team geht nicht so weit weg team wir müssen den verteidigen schweiz lag die sterben lag kann ich irgendwas holen irgend ein kill oder sonst was ich habe das game naja dann können wir es ja für so schnell zu beenden ich bin scheiße ich habe nur kill und noch nach dem finden den server scheine wurde der holen willst als im phantom sensor und mit klingender endlichkeit und war die reszepte dann dürftest du schon schaden rein haus soweit muss ich erst mal kommen ne bitte zieh dich zurück wenn die die hauske normaler geht zurück mach am besten kill ziels oder geh hoch fahren die hoch fahren jetzt wieder die runter fahren wenn und fein sie ist macht eine kuh und geht trotzdem fahren einfach unten wird sobald und fein ist sie ist sie dich zurück oder bei uns diese scheiß legs wird den tower müssen wir haben blauer alle aha bin lassen oder bleiben wie das auch immer heißt wie kein kill bekommen und dann auch noch oh gott geld das bringt gar nicht in dieser wolke da drin zu stehen wir müssen so gift schaden machen steht normalen schaden wäre viel besser er ist doch hier aber ich kann ja nicht mehr helfen sein ja die drauf schießen und fähigkeiten drauf machen könnte es ja auch was anfing sein ja aber nein auch zwei kurs ausgewichten mit einer e ja alter ich denke kris verbraucht zu viel mana und hat etwas wenig leben oh gott und die sind tot die sind tot die müssen einfach weg hier scheiß kreis leg kann man einfach nichts mehr machen ich denke immer wenn ich eine diana sehe das bist du weil du oft diana spielst die verbündete mal lieber runter und versuche den zweiten tor zu retten den ersten haben wir sowieso verloren wie es aussieht ach die greifen das nicht an ich was machen die mache ich eigentlich mit meiner ultimea oder mehr schaden wenn ich zu vortreff oder erst wenn es explodiert war die schlese mal nahrer sie macht mehr schaden wenn ich einen frontaltreffen alter krengers voll heiß oh scheiße ich dachte ich habe immer noch nur kreis aber so schlimm ist es ja noch nicht nein 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 dass du noch keine kreis das ist noch nicht so schlimm doch ist es ich brauche die kreis sonst mache ich keine kreis oder so oder so ach hier ich brauche ihn genau für saß zu machen ach dafür hat er mehr ins kill ist es ist ja wohl fair wir sind am gewinnen wieso habe ich nicht gerade getroffen ach egal renger fällt mir gerade auf hat gar keine manas er hat sowas was auch der was willst du da noch machen wenn die zu viert auf eingehen was ich sagen wollte war renger hat sowas ich wäre nekton so eine komische sache nein bitte jetzt nicht jetzt nicht oh gott kommt schon der leck war so und günstig wenn du was machst du ey guck mal der wenn du steht da drum herum jetzt läuft er muss den tower verteidigen ich glaube soweit habe ich alarmen von uns mindestens also die meisten haben vier kills von uns wenn du möchtest kannst du auch runter oder auch farmen gehen ja gleich worauf geht's genau ich wollte tank schreiben jetzt hat aber wenig leben und ich wollte tank schreiben jetzt hat aber wenig leben und wie ich habe ihn nicht bekommen das ist ja mal unfair ich wollte ihn doch so gern haben wieso habe ich gerade so oft lecks alter dreifach scheiß thema alter kann nur kreis das wäre ein schöner genau macht du ein spector von oben aber da die jetzt sowieso weg sind egal ich würde jetzt aufpassen vielleicht kommt ein renger angerannt mit seiner ulti aber nur vielleicht erst bei uns auch team team scheiß team echt den hätten wir so leicht bekommen diesen renger ja jetzt kann der team auch sterben wenn er nur kassen kann und 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 um wegrennen kann mir nicht helfen kann kann auch sterben gehen ist genauso hilfreich kranker zurückziehen oder wir machen oder wir machen auf jeden Fall den wir verlieren kommentierende oder wenn man oder einfach aber oder Na, ich warte noch so lange Hey, mir ist gerade aufgefallen, dass bei deinem Klon Sharko die Items nicht angezeigt werden Ah ja, deine Items, also die hat zwar den Angriff von dir und so, von der Fähigkeit halt 75% weniger Aber die Items, wo du dir kaufst, werden beim Klon nicht angezeigt Also kann man leicht herausfinden, wer der Klon ist, das finde ich jetzt unfair Achso Kommen noch, 4 Sekunden, 3, 2, 1, ach egal Waren doch nicht genau 5, aber irgendwie, man kann sagen, jedes Wieso rufe ich immer in jedem Let's Play einer in Skype an? Nein, ich lege jetzt nicht dran Irgendwie rappelt was in Green Life, oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Ah ne, das ist bei dir, gell, auch Was? Achso, ne Wer ruft denn an, das kann ich ja Anruf von Julian, Julian ruft an Ja, bei mir auch Ah man, jetzt, was weiß ich, wo er mich angeschrieben hat Ich glaube, es ist die ihm Das kommt immer so an, wieso Man, der soll auflegen Der trollt uns jetzt Hier, guck, ich helfe ihm jetzt Und, oh, er hat nicht keist Er hat nicht keist Jetzt schreibt er Alter, hopp Endlich, endlich hat diese Qual aufgehört Ich habe mich auch beschäftigt Jetzt schreibt er Er schreibt, 20 mal geht dran Von mir aus kannst du kurz, du filmst ja nicht, wa Da kannst du kurz, ähm Willst du mich irgendwie verarscht? Ey, sorry für die Störung Ne, aber sorry für die Störung, Leute Wieso rappelt das jetzt so komisch?